Ich zeige euch kurz unsere neuen Swinger, die überarbeitet wurden. Zum einen haben wir hier die Black Label Version vom MK2 ILO Swinger. Hier mit Gunsmoke Finish den Swingerkopf, dass innen die Beleuchtung, wenn man sie ansteckt am Piepser, eben entsprechend gut durchkommt. Hier das schwarze Gewicht, das zum verschieben ist und hier die schwarz lakete Stange. Hier haben wir das Federgewicht, das man einstellen kann, je nachdem wie weit draußen das man angelt, wie viel Druck das auf der Schnur ist, beziehungsweise das man aufbauen kann, um eben mit dem Bissanzeiger schneller anzuzeigen. Dann hier seht ihr unsere neue Version vom Micro Swinger und unsere neue Version vom MK3 Swinger in der Black Label Edition. Hier seht ihr, der schwarze Swingerkopf vom MK3 ist jetzt dunkler als beim Illuminated, weil eben keine Beleuchtung drin ist. Von dem her konnten wir das etwas dunkler machen. Sieht halt noch stylischer aus. Auch gut zu sehen ist der schwarze Swingerarm, das ist neu. Hier das Gewicht ist auch schwarz, das ist auch neu. Und dasselbe hier bei der Micro Swinger Range. Da kommen beide Versionen in den bekannten Farben, beziehungsweise sind in alle Farben erhältlich. Und ja, wir denken, das wird euch viel Freude machen, das Produkt.